Kerstin Ott ist eine berühmte deutsche Sängerin, Songwriterin und DJ. Sie wurde am 17. Januar 1982 in Berlin, Deutschland, geboren. Ott ist vor allem durch sein 2016 veröffentlichtes Lied »Die immer lacht« bekannt, das in ganz Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern ein großer Hit wurde. Kerstin Ott ist seit 2017 mit ihrer geliebten Frau Carolina verheiratet. Die beiden lernten sich 2012 kennen, als Carolina noch mit einem Mann liiert war. Carolina brachte aus dieser Beziehung zwei Kinder mit in ihre Ehe. Kerstin Ott wurde Adoptivmutter dieser beiden Kinder. Kürzlich veröffentlichte Kerstin Ott eine neue Single namens »Forever for You«, ein emotionales Lied, das sie Carolina widmete. Die erste Strophe des Liedes »Keine Reise ist zu weit für mich« drückt ihre tiefe Liebe und Hingabe an ihre Frau aus. Dieses Lied berührte nicht nur Carolina, sondern auch Millionen Zuschauer der Show »Schlager-Bohm-Open-Air«. In einem späteren Gespräch mit Florian Silbereisen verriet Kerstin Ott, dass Carolina so gerührt war, dass sie tagelang weinte, nachdem sie das Lied gehört hatte. Sie hat tagelang geweint, erzählt Kerstin mit einem Lächeln. Vielleicht nicht ganz ernst, aber liebevoll. Kerstin Ott hat mit ihrer fröhlichen Art und dem Wunsch, emotional nicht zu sehr unter die Lupe genommen zu werden, diesen Moment für beide zu einer unvergesslichen Erinnerung gemacht. Kerstin Ott und Carolina sind seit sieben Jahren glücklich zusammen. Ihre Verbundenheit und Liebe haben viele Herausforderungen gemeistert und sind für viele Menschen zu einer Inspiration geworden. Mit dem Lied »Forever for You« drückte Kerstin Ott nicht nur ihre tiefe Liebe zu Carolina aus, sondern bekräftigte auch, dass keine Reise zu weit ist, wenn es aufrichtige Liebe gibt. Kerstin Ott begann ihre Musikkarriere schon in sehr jungen Jahren. Zunächst trat sie nur auf kleinen Veranstaltungen auf und schrieb als Hobby Musik. Doch ihre Karriere explodierte erst richtig, als der Song »Die Immer lacht« von DJs Stereo Act remixed wurde und zu einem musikalischen Phänomen wurde. Dieses Lied wurde auf YouTube millionenfach angeklickt und verhalf ihr zu großer Anerkennung. Nach dem Erfolg von »Die Immer lacht« veröffentlichte Kerstin Ott weiterhin viele weitere Songs und Alben, wie zum Beispiel »Herzbewohner« und »Mut zur Katastrophe«. Ihre Lieder enthalten oft positive und emotionale Botschaften und spiegeln ihr Leben und ihre persönlichen Erfahrungen wieder. Kerstin Ott wird nicht nur für ihr musikalisches Talent geschätzt, sondern auch für ihre Aufrichtigkeit und zugängliche Art. Neben ihrer Musikkarriere ist Kerstin Ott auch für ihre Liebe zur Familie und ihre herzliche Persönlichkeit bekannt. Sie und Carolina treten oft gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf und erzählen von ihrem glücklichen Familienleben und besonderen gemeinsamen Momenten. Carolina ist nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern auch eine zuverlässige Begleiterin von Kerstin Ott auf jeder Reise. Das Lied »Forever for you« ist nicht nur ein Geschenk an Carolina, sondern auch eine Liebeserklärung von Kerstin Ott an seine Frau. »Keine Reise ist zu weit für mich«, diese Zeile zeigt ihre Hingabe und ewige Liebe für Carolina. Dies unterstreicht noch mehr die starke Liebe und Verbundenheit zwischen den beiden. Kerstin Ott schreibt und tritt weiterhin auf und bringt ihrem Publikum neue Melodien und positive Botschaften. Sie ist ständig innovativ und entwickelt sich weiter, aber Liebe und Familie stehen immer im Mittelpunkt ihres Lebens. Mit der Unterstützung von Carolina und ihren beiden Kindern wird Kerstin Ott sicherlich auch in Zukunft viele Erfolge erzielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Liebesgeschichte von Kerstin Ott und Carolina ein Beweis für starke Bindung und wahre Liebe ist. Kerstin Otts musikalische Karriere ist nicht nur voller Erfolg, sondern wird auch durch die Liebe und Unterstützung ihrer Familie bereichert. »Forever for you« ist ein klarer Beweis dafür und es werden in den kommenden Jahren sicherlich noch viele weitere schöne Songs und Momente von Kerstin Ott folgen. Kerstin Ott ist eine Berühmtheit und eine positive Ikone in der LGBT-Plus-Community. Sie hat ihre Sexualität öffentlich bekannt gegeben und scheint immer stolz auf sich und ihre Familie zu sein. Ihre Ehe mit Carolina und ihr glückliches Familienleben inspirierten viele Menschen in der Gemeinde und ermutigten sie, sich selbst treu zu bleiben und glücklich zu werden. Kerstin Otts Lieder enthalten oft positive Botschaften von Liebe, Akzeptanz und Hoffnung. Ihre Musik hat kulturelle und sprachliche Grenzen überschritten und wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt und geschätzt. Neben »Die immer lacht« hinterließen auch Lieder wie »Regenbogenfarben« und »Scheißmelodie« starke Spuren in den Herzen des Publikums. Neben der Musik engagiert sich Kerstin Ott auch aktiv im sozialen und karitativen Bereich. Sie nutzt ihre Stimme und Popularität regelmäßig, um gemeinnützige Organisationen und Kampagnen zu unterstützen, die das Bewusstsein für soziale Themen schärfen, darunter LGBT-Plus-Rechte, Umweltschutz und Interessenvertretung für schwierige Kinder. Kerstin Ott hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Preise und Nominierungen gewonnen. Für das Lied »Die immer lacht« erhielt sie einen Echo und viele weitere Auszeichnungen renommierter Musikorganisationen. Diese Anerkennung bestätigt nicht nur ihr Talent, sondern motiviert sie auch, weiterhin zu komponieren und aufzutreten. Kerstin Ott ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen und möchte dem Publikum stets Musikprodukte in bester Qualität bieten. Mit der Unterstützung von Carolina und ihrer Familie wird sie auf jeden Fall weiterhin erfolgreich sein. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft neue Musikprojekte und Auftritte veröffentlicht werden, die den Fans viele Überraschungen und Freude bereiten werden. Kerstin Ott ist eine talentierte Künstlerin und eine inspirierende Frau. Ein glückliches Leben mit Carolina und ihren beiden Kindern sowie eine erfolgreiche Musikkarriere haben bewiesen, dass Liebe und Aufrichtigkeit immer eine solide Grundlage sind, um alle Herausforderungen zu meistern. Forever For You ist nicht nur ein Lied, sondern auch ein Versprechen ewiger Liebe und drückt zutiefst die Zuneigung und Hingabe aus, die Kerstin Ott ihrer Familie und ihrem Publikum entgegenbringt. Mit ihren Leistungen und ihrem stetigen Einsatz wird Kerstin Ott sicherlich weiterhin in der Musikbranche glänzen und für viele Menschen eine Inspiration sein. Kerstin Ott ist nicht nur für ihre Schlager und ihr musikalisches Talent bekannt, sondern auch für ihre Aufrichtigkeit und Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit. Das Publikum liebt Kerstin nicht nur wegen ihrer besonderen Stimme, sondern auch wegen ihrer engen Persönlichkeit und Aufrichtigkeit in jeder Geschichte, die sie erzählt. Ihre Lieder enthalten oft tiefgründige Botschaften über Liebe, Leben und Widerstandsfähigkeit, die eine starke Verbindung zu den Zuhörern herstellen. Forever for you ist ein wichtiger Meilenstein in Kerstin Ott's Karriere. Dieses Lied ist nicht nur Ausdruck ihrer tiefen Liebe zu Carolina, sondern auch eine Bestätigung ihrer Zuneigung und Treue. Der Text Keine Reise ist zu weit für mich drückt bedingungsloses Engagement und die Bereitschaft aus, alle Herausforderungen zu meistern, um mit dem Menschen zusammen zu sein, den man liebt. Auch die Medien lobten Forever for you sehr. Dieses Lied gilt als eine der besten Balladen von Kerstin Ott, mit einer leicht zu hörenden Melodie und einem emotionalen Text. Viele Musikzeitschriften und Fernsehsendungen berichteten über dieses Lied und würdigten die Kreativität und die aufrichtige Emotion, die Kerstin in jede Note steckte. Mit dem Erfolg von Forever for you und der starken Unterstützung des Publikums bereitet sich Kerstin Ott auf neue Musikprojekte vor. Sie gab bekannt, dass in naher Zukunft weitere neue Songs und Alben veröffentlicht werden. Diese Projekte versprechen, dem Publikum weiterhin wunderbare und tiefgreifende Musikerlebnisse zu bescheren. Bei Kerstin Ott steht die Verbindung zu den Fans stets im Vordergrund. Sie organisiert regelmäßig Treffen, Austausche und Live-Auftritte, um dem Publikum näher zu kommen. Diese Momente helfen ihr nicht nur, die Wünsche und Gefühle ihrer Fans besser zu verstehen, sondern sind auch eine Gelegenheit für sie, ihre Geschichten und Gefühle zu teilen. Mit Blick auf die Zukunft strebt Kerstin Ott weiterhin danach, ihre Musikkarriere weiterzuentwickeln und ihren Einfluss auszubauen. Sie erwägt die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und die Erforschung neuer Musikgenres. Gleichzeitig pflegt und entwickelt sie weiterhin gemeinnützige und soziale Aktivitäten und trägt so zum Aufbau einer besseren Gemeinschaft bei. Kerstin Ott behauptet, ihre Position in der deutschen und internationalen Musikszene. Von ihren ersten Hits bis hin zu emotionalen Songs wie Forever for You hat sie mit ihrem Talent und ihrer Aufrichtigkeit Millionen von Herzen erobert. Liebe und Familie sind für sie stets unerschöpfliche Inspirationsquellen, die ihr helfen, alle Herausforderungen zu meistern und auf ihrem künstlerischen Weg weiter zu glänzen. Mit vielversprechenden Zukunftsplänen und kontinuierlicher Unterstützung des Publikums wird Kerstin Ott sicherlich weiterhin erfolgreich sein und für viele Generationen von Fans eine Inspiration sein. Kerstin Ott ist eine starke und emotionale Frau, was sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihrem Privatleben zeigt. Ihre Liebesgeschichte und ihre Ehe mit Carolina sind eine wunderschöne Geschichte aufrichtiger Liebe und ewiger Hingabe. Kerstin Ott und Carolina lernten sich 2012 kennen. Damals war Carolina noch mit einem Mann liiert. Dieses Treffen markierte jedoch den Beginn einer emotionalen Liebesreise. Die zweite Sache war, die ich sagen wollte, dass 2006 nicht nur der Deutsche Schulpreis ins Leben gerufen wurde, sondern 2006 auch das Jahr war, wo, ich könnte es jetzt ins Bild halten, das mache ich aber nicht, aber diese kleinen, schlauen Geräte erfunden wurden oder sozusagen massenhaft verbreitet wurden, die das Internet immer sozusagen, womit man das Internet immer in der Hand haben kann. und Jugendliche muss man heute, muss man ja dann schon sagen, die jetzt im nächsten Jahr mittleren Schulabschluss machen, sind 2006 geboren worden. Das heißt, die kennen ja keine Welt tatsächlich irgendwie ohne das allverfügbare Internet. Und das verändert natürlich unheimlich viel. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung an Schule und das wäre sozusagen der dritte Kommentar, den ich noch machen wollte. Es wurde auch die Frage im Chat geschrieben, was bedeuten denn eigentlich die Regler? Ich hatte Maike vorher gefragt, also das ist tatsächlich nur das Kontinuum, sozusagen, dass da deutlich werden soll, dass sozusagen die Schulpraxis natürlich immer sozusagen in einem gewissen Spannungsfeld steht zwischen den beiden Polen. Aber die Frage, die ich dann doch hätte, ist, können digitale Medien sozusagen Katalysator sein, an den Qualitätsbereichen zu arbeiten und sozusagen vielleicht auch hin zu einer neuen Lernkultur zu kommen? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich habe ja an meinen Schulen war die Lernkultur praktisch immer schon umgestellt und dann kam das Digitale. Ich erlebe oft in Schulen, die ich dann sehe, dass sie zunächst das Digital versuchen abzubilden, was sie analog haben. Wenn man das tut, dann ist man wirklich in der Gefahr, das ist so ein bisschen die Verstärkertheorie, dass das Digitale dann diese traditionelle Lernkultur verstärkt. Also Beispiel, wenn ich einen stark lehrergesteuerten Unterricht habe, jetzt umstelle dann auf Plattformen, die sehr stark kontrollierend sind, da sieht der Lehrer genau, wie lange hat der Schüler an Aufgaben gearbeitet, wie ist er weitergekommen, da kann ich solche Kontrollmechanismen, die nicht besonders lernförderlich sind, kann ich sehr stark verstärken. Also ich weiß nicht, ich habe am Anfang mal geglaubt, die Digitalität könnte ein Katalysator für die neue Lernkultur sein. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Danke.